Jo, hi, willkommen, mein Name ist Daniel Bepi Und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Street Fighter 4 Arcade Edition Immer noch mit Rio am Start, ich wollte schon Rico sagen Und ja, wir sind immer noch gegen diesen einen Typen hier am Kämpfen Seth, ne? Und ich habe vor ihm in diesem Part hier kaputt zu hauen Schaffen wir schon Hab ich so ein Gefühl Ich gebe jedenfalls nicht auf, ich bin kaputt Jawoll, verdammt Ich glaube, ich spiele lieber mit dem Steuerkreuz Haben die früher auch gemacht Also ich Greift auf jeden Fall besser danach Au 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 Nix da Und Grab Grab, ja Klappt immer danach Dann mache ich überhaupt was anderes Ich könnte immer das hier machen Jawoll Boah Das sah schon fast professionell aus Läuft Vor allem während des Kämpfens wechsle ich hier immer mit Steuerkreuz und analog irgendwie Ich kann mich nicht entscheiden, wie ich steuern soll Ich kann irgendwie das hier Hier diesen Das hier kann ich irgendwie besser mit analog und Shinryu Äh, 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 der Shinryu Shouyuken kann ich irgendwie besser mit dem Ding ins Machen, falls ich mal irgendwann in der Lage bin, so eins zu machen Fall falsch Er ist durchgeflogen Aber wenn ich mal in der Lage wäre Eine Ulti zu machen Aua Ich hab schon Fehler So bin ich so letztens verreckt Jawoll Trifft ihn Nicht Aber das trifft ich Hahaha Jawoll Jawoll Läuft Au, 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 nein Nein, ich glaube aber ich bin ausgeglichen, oder? Ja, jawoll Aua Was hat das denn? Das war ein Grab Okay Nein Au Aua Da reingeschlagen Das ist nicht so gut Vergesst mich mal Ich muss dreimal schlagen Und dann geht die Ultra Ich versuche die ganze Zeit noch damit zu kämpfen Wie ich die Ultra mache Mann, hör auf damit Nicht cool Wattda Au Gehen wir nicht zu nah, Mann Aua Au Au Au, dauert er wieder ab Immer wenn ich ihn danach Gramm will Das klappt nicht Aha Komm schon Nein Er ist da rüber gesprungen Nein Hinterklappen können Oh Gott Du Gehen wir nicht zu nah Du Du Gehen wir nicht zu nah Vor allem, das Ganze wird irgendwann nochmal weitergehen mit anderen Charakteren. Also, das werdet ihr noch ein paar Mal sehen hier, wie ich an dem Typen frecke, falls immer der Typ am Ende kommt. Ich kann mir vorstellen, es kommt immer ein anderer Rivale. Und, keine Ahnung. Ich habe sechs Punkte, was? So, Mitleidspunkte. Nein, ich habe auch angegriffen. Das weiß ich genau. Nein, au! Hörst du auf damit! Habe ich nicht eine tolle Schrauben gemacht, das musst du doch sagen, ne? Hahaha, haha. Huah! Ich sollte halt nicht von so weit an einsetzen. Oh nein, au! Sackgesicht! Wie sollen wir das so schnell machen? Ich setze dann immer ein Ding ins Ein. Wie soll ich... Hä? Okay, ich versuche, ich höre auf, herauszufinden, wie man die Ulti macht. Ich mache ihn einfach platt mit guten alten Schlägen und dritten Aua. Ah! Mah! Hö! Oh Gott! Oh nein! Boah, du immer mit dein... Oh! Oh, ja, ich wusste es. Und mit zu, hallo Ken! Boah, das stimmt! Ähm, ich muss noch auch damit! aber wird langsam gut ausgewischen und wenn diesmal hat es nicht geklappt und zack nein war ich doch mal er wollte also bist du bist am pro welter dauert vielleicht noch ein bisschen nein bleibt weg bleibt weg da klappt sogar aber so möchte ich nicht gewinnen der weg des kriegers ist schwer aber ich werde ihn zwingen nein gut nacht nein fragt doch mal nein oh nein er war doch schon tot er war doch schon tot ja ist gut da trägst du zurück er war doch schon tot leck mich am rockzipfel jetzt wird es langsam persönlich hier es wird immer knapper also wenn ich ihn jetzt schon fast tot gekriegt habe dann habe ich ihn gleich so gut wie tot jawohl jawohl man ich glaube ich ziemlich gut muss ich gerade sagen ich habe schon richtig in die tasten immer du sollst nicht ausweichen mann ich will ich habe einsetzen das war glaube ich blöd ja nein auch schon lauf damit nein jawohl einmal gewonnen weg und jetzt mache ich das hier und unter dir unter dir warte au au er setzt zwei mal ein nein ich idiot er hat schon lange nicht mehr eingesetzt deswegen ich kann von der seite keine hier abgemacht nein ich kriege irgendwie gar keinen schaden und er macht mir immer mehr schaden bin ich übrigens richtig blöd dadurch teleportieren kannst ich weiß das habe ich jetzt schon sehr früh hier angedeutet aber trotzdem mein gott nein nein ja auch mit dem mit zu hadouken jawohl die nase krachen das geht jetzt meinen schwersten kampf aller zeiten sonic boom ja genau so ist er angepasst ouch nein jetzt lebe ich nicht mehr oder doch klar hat man grab nein das gibt es doch nicht oh oh mein gott es ist immer so knapp es ist immer so knapp warum ist es immer so knapp boah mir ist der schweiß herunter laufen oh mein gott ich will ihn jetzt kaputt hauen wenn ich meine ulti einsetzen könnte das nächste mal wenn ich hier eine aufnahme war wenn ich im trainingsmodus fünf stunden lang trainieren und so gucken wie man eine ulti macht dann wische ich den boden mit allen auf besonders mit ihm mein gott vor allem das macht ja auch schon auch wenn er blockt oder was mach ich denn da oh was soll das hab hier fixer aua mach doch mal du sollst dich das machen dann komm ich eben mein gott verrätenst du jetzt mal das kam jetzt so gut rüber mir gefällt das spiel ich hab seine faust weggegangen mit zu hallo du sagst du hast dich wegt hallo portiert man au au uah uah nix ab nein mein hadogen ist auf dich losgekommen man was zum teufel was zum teufel machst du denn da hast du mich gegen den bildschirm gehauen nein du blöder schlumpf du ey das gibt's doch nicht nix da jawoll naja gibt's doch nicht kommt schon mehr zu hallo nein du springst immer darüber wenn ich das mache kannst du es wagen nein ich idiot nein 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 das gibt's doch einfach nicht verreckt doch mal ey wie oft hab ich jetzt schon versucht gegen den zu kämpfen wut steigt verzweiflung wird größer hass nimmt immer weiter zu ich werde bestimmt nicht noch ein paar aufnehmen wo ich gegen den ja verliere ich mache den in dem part hier kaputt auch wenn das fünf stunden dauert schon wieder meine fünf stunden ich weiß ja 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 nacht doch weiter auf Ha. Das war nicht geplant. Egal. Mein Gott. Komm schon, Triff. Das gibt's doch einfach nicht. Nein. Ey. Immer schlimmer hier. Oh, der hat wieder voll seinen Dingen... Ey. Ich hab auch gegrabt. Meins hat aber nicht gezählt. So. Mann, ey. Ich muss öfter das hier kontern. Verdammt. So viel zu kontern. Kann sich weitermachen so. Jawohl. Jawohl. Ja, ich hab's langsam raus. Ja, okay. Und zack. Jawohl. So, und jetzt komm. Ich weiß, du bist der große Böse, aber jetzt hau ich dich kaputt. Das fängt schon mal geil an. Ja. 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 Oh nein, das gibt's doch. Boah. Boah, ich hab gegrabt. Was soll der Scheiß? Nein. Nein. Hahaha. Komm schon. Nein. Nein, ich glaube, da trifft er mich aber nicht, ne? Nein, nein, ich bin so gut wie tot. Schon wieder so knapp, ne? Komm schon. Nein, das gibt es doch. Ich kann doch nicht die ganze Zeit verlieren, während er nur so wenig hat. Das gibt es doch einfach nicht. Ich kann doch nicht immer so knapp verlieren. Ich bin doch immer fast am Gewinn und dann kommt er da und macht mich fertig. Hey, kann mir mal ein, das ist ein Streetfighter, auch eh, nee, lieber nicht. Kann mir mal irgendjemand sagen, wieso ich die ganze Zeit hier verliere? Also wenn ihr sagen wollt, dass ich schlecht bin, dann kann ich auch selber, aber... Ich habe sowas gefühlt, jetzt mache ich dich platt. Eigentlich kann ich immer noch nicht entscheiden, ob ich mit Steuerkreuz oder mit Ding ins Spiel. Da immer, wenn er diesen Wandsprung macht, dann kriegt er mich. Jawoll, Idiot. Jawoll. Jups. Na toll, super, das hat's ja vollgebracht. Aber wenn ich verliere, ist das sowieso alles wieder weg, oder? Hey. Ich kann nicht wegspinnen, ich Idiot. Ich hasse dich, ich stirb, tu mir hingefallen. Jawoll. Komm schon. Ja, ich glaube, ich habe zwei Versuche, dann fühle ich mich gut. Nein. Zack. Ich bin jetzt auch vollgebracht. Boah, schon wieder hier im Anspruch. Psy, hier. Boah, immer wenn ich... Ich werde mir nicht verzeihen, wenn ich ihn schon wieder verliere. Boah, ich werde hier im Anspruch. Jawoll, wird knapp. Nein. Nein. Höh. Nein. 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 das gibt es noch nicht aber ich habe noch einen versuch ich dachte ich habe es jetzt in der tasche das war sehr gut gespielt von mir würde sagen aua leck mich an du kannst auch noch luft kombus es ist einfach wunderbar ich hasse es wenn er so an die wand weg springt ein stimmersatz teleportieren das gibt es einfach nicht ach komm schon da gar keine chance gehen jetzt ja ist gut gibt er mir noch einen luft rein ich halte es nicht aus für mich toll ein krieger gibt nicht auf los machen wir jetzt werde ich habe ein gutes gefühl dieses mal also ich glaube schon drei vier mal gesagt aber was soll es wenn man gutes gefühl ich bin optimist irgendwann schaffen hat schon vielleicht sogar jetzt elf mitleidspunkte für mein erster versuch da so ne und vielleicht sogar stimmen ist gut weil mir irgendwann geschwindet ja auch die konzentration was muss ich tatsächlich machen wenn ich ja so angesprungen kommt da hat er zwei fehler gemacht oder auch mal wenn ich mal meine hörst du mal auf damit er ist so nervig mit seinen dals im händen boah ist so nervig eine ganze zeit macht er den scheiß da schon wieder es kommt schon wieder ja wenn ich schon mal seine erste form ja nicht schaffen er will sich verarschen denkt sogar meinen hallo hier weg mit dem konter oder was auch immer ist boah hörst du auf mit dem scheiß angriff ist nicht witzig boah hörst du auf mit dem scheiß angriff ist nicht witzig ja man kommen jetzt mal endlich er hat schon einfach mal stimmt man hat doch fliegt euch hindurch ich hasse ich will mein metz war drucken machen aber er schafft das nicht leck mich doch an kann doch nicht wahr sein irgendwie niemand hat so viele probleme mit dem ich netten sein scheiß wandsprung aber ich will nicht zwei parts mit dem film wird schon eine halbe stunde an dem dran gibt es doch nicht es gibt nur so viel geduld wie ein mensch hat jetzt nicht irgendwie eine universal stattgegen die ich gegen den einsetzen kann ja meine ulti wenn ich meine ultima einsetzen könnte aber nein geht nicht ich wollte ja anders Boah! 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 Ne, da krieg ich nicht mehr diese Runde. Boah! Sein Scheißteil ist immer noch, der geht mir so auf... Ah ja! Weil er mich immer von Weitem schon trifft. Da! Der fängt schon! Der fängt direkt mit dem anderen an! Ja! Mein Gott! Ich krieg das nicht hin! Keine Spezialangriffe, keine Ultra... Gar nix! Boah! Setz den Angriff nicht ein, wenn ich in der Nähe bin. Das macht mich noch aggressiver. So! So! So, jetzt aber! Jawoll! Einmal mit dem Scheißding getroffen! Gibt's doch einfach nicht! Zack! Nein! Hör auf damit! Ich hab keinen Bock, schon wieder gegen dich zu verlieren! Boah! Mein Gott! Nein! Hey! Es geht einfach nicht! Ich krieg ihn nicht! Äh! Vor allem, ich krieg meine Ulti, ich krieg gar nix auf der Reihe! Geht! Geht! All right! Vor allem, das Gute ist, äh, ich könnte auch den ganzen Part hier rausschneiden und sagen, äh, ja, äh, zwei, drei Versuche später hab ich ihn geschafft. Aber nein! Ich mach hier einen Schnitt, der Part ist mir schon viel zu lang und ich würd sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Street Fighter 4, wo wir den dann hoffentlich mal endlich kaputt kriegen! Wer geht mir so für Eier langsam? Bis später!